Okay, im Bundeslander Battle gibt es zwei Schlüsse für Coltsteiner, die die RBA und des Rappers im Forum voll feiert. Keine Frage, ey, die haben es drauf, doch schlechte Nachrichten an alle Scheiße, Black Marvel ist raus und am 60. Finale stehen jetzt die zwei Pfeifen, Lücker und Tuso, straight aus der Midlife-Crisis. Ey, die machen jetzt schon Raps, seit 2002 dachte ich gerade zu kämpfen mit dem Kleinen 1x1. Bordercam macht ihr auf Gangster und Business Talk, küsst die Kamera aus, geht es um Rentenversicherung. Ihr fallt für eure Runde schon am miesen Front, ich überleg, ob ich euch tutzen oder siezen soll. Auf drei bis bald die Zwei, eure Zeit ist jetzt vorbei, bye, bye, bye. Keiner wird feuchten Tränchen verdrücken, außer Schleswig-Holsteiner, denn die schämen sich ein bisschen, tschüss erst mal, macht es gut, immerhin habt ihr es versuchten. Dabei finden euch von Liebe bis Back der Heide, wirkt nicht alle ein Glück. Leute, habt ihr schon gehört? Dieser Uso ist ein Star, der ist bei Mainhall Music und der Vertrags. War's Uso auch der einzige Künstler im Haus, parallel dazu Kassenwart und Geschäftsführer auch. Ja, ich hab dich durchschaut, Uso, du kleiner Stratege, man gründet, wenn ein keiner will, einfach sein eigenes Label. Bringt ein, finanziell gesehen, leider gar nicht mal so weit, doch auf Bewerbung sieht das besser aus als Arbeitslosigkeit. Auf drei bis bald die Zwei, eure Zeit ist jetzt vorbei, bye, 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 bye. Keiner wird feuchten Tränchen verdrücken, außer Schleswig-Holsteiner, denn die schämen sich ein bisschen. Tschüss erst mal, macht es gut, immerhin habt ihr es versuchten. Dabei finden euch von Liebe bis Back der Heide, wirkt nicht alle ein Glück.